So, weißt du, erst wirft er Haftpompen und dann fragt er Können wir ohne Haftpompen spielen? Hahahaha Hä, bei mir stand Aris hat mich ausradiert Hahahaha Hahahaha Warum hab ich jetzt einen Weiß Hahahaha Okay Ey, die ganze Zeit hat das immer erst später ausgelöst Ja, du musst links! Du musst links fahren! Du mieser Ficker! Hä, das ist mein Instinkt, was bei dir scheinbar bei der Geburt verloren gegangen ist So, so Timing-Ding ist für mich echt so ein Bub mit dem Siegel, ne? Warte darauf, dass ich losfahre, bis ihr hier seid Kuss Helfer uns Nugi! Helfer uns Nugi! Helfer uns Nugi! Nugi ist einfach nach vorne getriert, alles! Ich bin nach vorne gefahren! Hahahaha 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 Und jetzt wir kommen! Ok Schönen jaman Schönen jaman Socips Hier, diese RANDOM-Dinger hier die ganze Zeit Und ein saftiges Der gefällt mir auch richtig gut. Schletze hat mir gefallen. Hast du mir etwa gerade *** gesagt oder was war das? Ja leider müssen wir zensieren, was ihr gerade sagt. Das ist zu heftig. Also Muttschalkschuss. Es ist wieder ordentlich Troll eingebaut. Hallo, man kennt ihn. Also Delfine würden immer *** sagen. Ey Delfine sind doch richtige *** Streichel Heinrichs. Ja das dachte ich auch. Man kennt ihn, der gute Streichel Heinrich. Vor allem habe ich letztens im Fernsehen *** und dann waren die auf einmal ***. Ja das meint ihr. Ja das meint ihr. Ah ich verstehe. Delfine sind so richtig schmutzige *** machen die einfach im *** und dann siehst du die da und dann machen die ***. Und hin und wieder machen die Eiscord auch. 50 Sekunden war der schon nicht mehr lustig. Digga haut ihr hier. Hier wird einfach alles richtig zerrissen. Übrigens. Gut Jachos. Dankeschön erstmal für euren Support. Kuss geht raus. Und was ich am Anfang noch sagen wollte. Digga du musst ja unbedingt diesen MLG-Sound rein brezeln. Der ist richtig nice ey. Richtig nice. Hallo. Hey seid schon alle hier? Ja. Digga. Digga. Warte mal warte mal. Genauso wie ich. Ach da unten ist der Punkt. Ist es jetzt Boxerschock? Ich glaube Digga hat sich wieder gemütet. Ja du bist gemütet ja. Mal wieder. Man kennt ihn. Was? Digga du kriegst auf jeden Fall ey. Du kriegst jetzt. Du kriegst jetzt ne Bestrafung immer wenn deine Katze oder wer auch immer das Ding mutet. Kriegst du einfach ne Bestrafung. Weil der Mute Knopf ist genau neben dem *** Knopf. Also. Dann kriegst du jetzt ne Boxerschock Bestrafung. Ja? Immer wenn man sich mutet Boxerschock Bestrafung. Oha. Ok. Ich lass die extra in Ruhe. Nicht ran. Dann fliegt er raus. Ich bin da weg. Ciao. Das war Aris. 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 Ja. Genau. Ey. Ice Cold ey. Ice Cold Cold. Ey. Aber bin ich rot wie Lugi? Da hab ich meine Farbe. Boine Ahnung. Gute Frage. Ich hab dich angerotet. Angerotet? Mh. Äh. Können wir sagen bitte nur schießen. Keine Hackbomben was uns heißt. Ja ey. Ich wusste es doch. Ich hab's schon. Ja. Alter. Ciao Deko. Ja. Tschüss Deko. Den Troll hab ich auch gesehen. Das ist halt echt so weißt du. Erst wirft der Haftpomben und dann fragt er. Können wir ohne Haftpomben spielen? Hahahaha. 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 Ey. Hahahaha. Hey lol du bist ja richtig rot. Lol. Hallo. Unterlasten sie das bitte. Hallo. Hennen sie auf. Das Rückwärtsfahren ist nicht gut. Es geht bei mir schnell in die Hose. Hahahaha. Wir fahren nur durch. Hä? Hä? Wo müssen wir eigentlich hin? Ah ist es da? Wo? Äh. Leute wo müssen wir eigentlich hin? Ah hier. Wo ich hinfahre. Lol. Ja. Hier oben. Hä? Hier unten rauf. Nicht da oben. Lol ich war die ganze Zeit falsch oder was? Richtiger Trottel. Lol. Ey. Ok. Richtiger Trottel. Hallo hier oben musst du hin. Digga. Einfach nicht vorhanden. Sorry Muchachos. Der Salz. Er ist wieder da. Hi Dicco. Hä? Achso. Oh. Als ob ich jetzt hier beide nicht runterkriege. Alter. Digga wie ich einfach. Ey ich bin einfach so ein normaler. Noch hast du dich geschaffen. Armin. Boah ey. Mit einfach so einem Profi ey. Oh. Ah. Ah. Können wir Aris da vorne mal wegballern? Ja. Ist das irgendwie möglich? Ja ich bin ja gerade mit euch beschäftigt. Ah. Uh. Ah. Warum ist Aris eigentlich schon wieder so weit vorne? Ich bin nicht so weit vorne. Tryhard ist wieder viel zu viel. Ey der Tryharder hier. Ja. Der Tryharder hier. Der Tryharder hier. Ja Aris wird immer nach vorne. Ein richtiger Tryharder. Ja ja. Oh mein Gott. Ey. Was? Hä? Sind die Reifen kaputt? Ich kann da. Ich konnte da nicht drauf lenken. Digga ich auch nicht. Könnte sein. Ja doch meine Reifen sind gerade explodiert. Ey. Ey Junge wir kommen da. Ey. 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 Ey, die Fallen sind geil! Ich muss sagen, Arena War ist einer meiner Favorites, Muchachos. Zockt die Maps selber, in der Beschreibung verlinkt, Troll und Spaß für die ganze Familie, holt eure Oma aus dem Alter sein, zockt mit der ne Runde GTA, die wird sich freuen. Ja, und wenn ihr euch fragt, wovon wir gerade redet, dann muss Jeremy gerade meine Sicht gezeigt haben, weil da kann man sehen wie... Du und? Oh yeah. Hallo, warum werden hier Explosives genutzt? Ja, das war Aris. Hallo, das ist verboten, Leute. Jaaaa! Das heißt Boxershorts. Nee. Ich hab's hier immer weggespringt. Ey, ey, seid solche Kack-Diggen haben wir seine Tat auch gar nicht hinkriegen. Oh! Nein, 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 nein! Hallo, Nuggi! Oh, fuck, 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 fuck! Waijaaaa! Waijaaaa! Hä, die sind schon da vorn? Nein! Muss links fahren, muss links fahren. Rechts ist verkorkst. Und los, 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 los. Nein, nein. Oh, Junge, ey. Hilfe, Hilfe! Ich dachte, das Ding geht auf die andere Seite rüber, ey. Shit. Ja, ja, haben wir. Kann man die noch verkacken? Sind hier noch mehr Troll-Punkte? Ich bin letzter eisgehalt, ne? Brudi, ey, was ist los hier? Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Bang, bang! Opa-Chip bleibt gleich. Muss man hier rückwärts fahren? Okay. Das sah irgendwie da noch aus. Ja, du kannst doch vorwärts fahren. Es muss nur ausgerichtet sein, dass du dich runterfährst. Ich bin vorwärts gefahren. Hä? Nuri, wo bist du? Du kleine Nudel. Ey, die ganze Zeit hat das immer erst später ausgelöst. Jetzt löst es wieder aus. Ja, du musst links. Du musst links fahren. Du mieser Ficker! Beide links. Beide links. Ey. Explosives sind verboten, Aris. Ja, genau. Explosives sind verboten, Dego. Nein, nein, nein. Es geht nur links. Explosives sind verboten. Ja, nein. Das war dein Plan? Ey, du bist so ein Pimmel, Alter. Hör auf damit. Ey, bei mir hat das scheiß Ding nicht weggefilgt. Komm, Nuri. Wir sind gemeinsam jetzt. Nix gemeinsam. Doch, gemeinsam. Wir müssen mal wirklich anfangen, einfach zusammen gegen die Jungs anzutreten. So, richtig. Ey, ich habe doch eh keine Chance. Sieg ihr seid in ebay Kleinanzeigen. Ja, 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 ja. Digga, was hat er für ein Timing? Ich bin nicht mal da. Gibt's da so einen richtigen Weg? Gibt's da so einen richtigen Weg? Fühlt ihr das einfach oder überlegt ihr? Hä, das ist mein Instinkt, was bei dir scheinbar bei der Geburt verloren gegangen ist. Ey. Ey, irgendwas ist bei deiner Geburt aufgefallen. Das ist richtig schief gelaufen. So ein Timing-Ding ist für mich echt so ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ich versuche ja auch mit einzuberechnen. Ich will ja Speed holen. Wenn ich langsam vorbeifahre, ich will ja Frühspeed vorbeifahren. Das Einfachste ist, wenn die Ampel grün schaltet, dann fährst du doch los, oder? Nee. Wie langsam brauchst du? Wie langsam? Wie langsam brauchst du, Alter? Wie lange brauchst du, um loszufahren? Hi Nugi. Moin. Ich glaube ja. Hallo. Wenn's auf grün schaltet. Wo sind die fallen? Weiß ich nicht, die fallen einfach mal hier lang. Ey, wir spawnen doch nicht. Ich schalte, bin ich da. Morgens eine halbe Stunde. Ja, so fuck. Das glaube ich auch. Warum ist Deko denn noch raus? War da ein Troll? War da ein Troll? Ey. Ich hab's nicht. Oh Digga, das war genau gesehen. Nicht von mir, ey. Nein, alles nochmal von vorne. Nein, ey. War, wie, wo hast du jetzt verkackt? Weiß ich nicht. War da, bist du in die Antenne reingefahren, oder? Vielleicht. Vielleicht. Gleich rückwärts. Alter, mies. Ja, aber schon peinlich, dass du gerade über mein Instinkt hier aufgelegt hast. Ja, deswegen weiß ich ja. Ich dachte, die wäre aber weiter hinten. Muss ich dazu sagen. Wie, hä? Hast du keine Augen im Kopf? Hast du keinen Instinkt? Ne, ich bin einfach da hingefahren, Digga. Ich bin blind. Das weiß jeder. Hab eigentlich ne Brille. Ach, aber wenn ich das mit dem Instinkt nicht hinkriege, dann... Hast du keinen Instinkt? Ah, hier hin. Äh? Ich kann auch sagen, das weiß jeder, also ich kann nicht sehen. Nein! Ey. Ey, du kleiner Arschficker, Alter. Komm ich raus. Du mieser kleiner Arschficker, Alter. Oh, geil, ey. Ey. Oh, Deko, wo bist du? Du kleiner Mann. Deko. Ey, das war schon sehr schmutzig von dir, Marvin. Das war richtig schmutzig, ja. Ja, wo geht's denn jetzt lang? Hä? Hä, ich will schießen. Hä, warum hat Aris hier weggespunden? Du schiebst denn nicht? Ich wollte dich in die Luft jagen. Hat nicht ganz so funktioniert. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich sag, er will mich weg, sprich jetzt einfach selber weg. Ich war nicht voll da. Ja. Doch, warst du. Ja, aber nur so... Also anscheinend offensichtlich nicht nah genug dran, ne? Scheint so, ja. Warum piept denn das hier so komisch? Ach, du warst das. Okay, ich hab nicht geschossen. Ich dachte, das wär Deko. Ey, lol. Ey, warum, Alter? Ey, warte, Nugi ist jetzt weiter. Wie kann das sein? Ah! Nugi. Okay. Ich glaube an dich. Danke. Hallo. Okay, wow. Oh Gott. Hä, das war doch super easy. Wo ist euer scheiß Problem? Das war wirklich einfach, ja. Das war richtig einfach. Ja, war es ja auch. Wer ist denn da schon wieder hinter mir? Nein. Nein! Nicht einer schafft das First Try? Was hat er denn für Lappen? Ja, ich wurde gerade weggekauft. Also ich hab's auch nicht First Try geschafft. Ich war der Einzige, der das First Try geschafft hätte, du dieser Arsch-Gleich-Cluster. Hä? Du warst doch gar nicht... Hä? Du hast's doch nicht geschafft. Also warst du auch nicht der Erste. Hätte wenn und wäre. Wie sollst du dir nicht im... Spiel der Konjunktive? Aktiv du. Ich bin hier in keine Fallen reingefahren. Ich bin in gar nichts. Ich hab doch gesagt, ich seh' nicht so gut. Ich bin einfach schnell geradeaus gefahren. Ich bin so, äh... In der Buzz... Ich glaube, du hast eine Konjunktive. Nein! Hä? Hä, was ist hier? Hallo? Du musst respawnen. Oben den Punkt einsammeln und respawn Deko. Hat er doch auch, oder nicht? Guck mal den Punkt. Hab ich ja schon. Hä, was fragst du denn so blöd? Hä, hab ich doch gar nicht. Wo ist eigentlich Aris? Ich hab den Punkt jetzt. Okay. Wie geht's? Ja, hab ein bisschen gedauert. Stehe ich einen. Aber ich hab ihn jetzt. Wir sind jetzt bei Punkt 20 von 32. Ich würd sagen, wir können gleich nochmal, wenn ihr Bock habt, ein Skill-Duell starten. Oh ja, ein Skill-Duell hört sich gut an. Skill-Duell? Okay. Dann würd ich sagen, fahr ich hier nochmal nach hinten. Hier beginnt das Skill-Duell. Okay, hier beginnt das Skill-Duell, Leute. Warte, ich fahr hier erstmal drauf. Wir explodieren hier. Ja. Ja. Ich hab'n Nuki vernichtet. Geil. Und ich würd sagen, hier warten wir auf Aris und hier beginnt das Skill-Duell. Ich bin auch geil. Warum bin ich jetzt blau? Also... Blaukarre, ey. Seid ihr ready? Skill-Duell beginnt in 3, 2, 1, los. Hallo, schimmer deine Eier, Junge. Hä, wo ist er denn eigentlich? Das Skill-Duell geht los. Kommt er langsam? Naja, er ist ja noch gar nicht hier. Ach, da hinten ist er. Bei der letzten Map haben die's doch auch so gemacht. Wer die? Na, du und Deco. Nein. Ja, eigentlich startet Deco das Duell immer ein bisschen eher, muss man sagen. Deco, ja. Deswegen wundert mich, dass er jetzt noch nicht losgefahren ist, muss ich ehrlich sagen. Also Respekt an Deco, muss man hier auch noch mal festhalten. Deco ist heut mal good guy. Ne, eigentlich nicht. Obwohl doch, der Team gerade. Ja, ist da... Genau, das spielen wir auch gerade ein. Drei. Zwei. 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 Let's go. Ich warte sogar noch, bis ich losfahre, bis ihr hier seid. Oha. Hä, wo ist Nuggi? Da wird die explodiert. Hä, wo ist Nuggi? Nuggi ist einfach nach vorne getriadet. Du bist nach vorne gefahren? Ey. Natürlich. Lol. Hallo? Nein. Diga. Ich dachte, warum fährst du nicht? Und dann wollte ich an dir vorbeifahren. Blup. Du wopst dir einfach nach vorne. Nein. Ist das ein Fakepunkt oder ist das kein Fakepunkt? Oh, oh, oh. Alter, ist was los? Digga, Blackscreen des Todes würdest du mich komplett ficken? Ab, fuck nochmal. Ab, andere Richtung. Ah, jetzt. Okay. Jetzt habt ihr es nämlich zurückbekommen von der letzten Folge. Hä? Was ist das? Ich bin hier kurz davor, Annäherungsminen auszubringen. Hä, warum? Ja, weil du eh zu langsam sollt. Ich war genau hinter dir. Jetzt bin ich wieder am spawnen. Gib Gas, du Lappen. Ey. Hör auf hier rum zu stressen, Junge. Lol, hier ist das Ziel. Lol. Nein. Lol, hier ist das Ziel. Warum erklärt das da? Oh mein Gott. Am Ende gewinnt. Lol. Scheißvollfeuer, Alter. Scheißvollfeuer? Was denn Vollfeuer? Voll... Vollfeu. Vollfeu. Digga, was ist mit den Reifen hier los? Ich komm darauf nicht klar. Ey, diese... Diese Windrad, ne? Nuggiii. Hör auf, Alter. Kawaii. Wie kann das sein, dass du es dir geschafft hast, oder was? Digga, haus. Ich hab Timing gegen Nuggii gewonnen, Alter. Timing gegen Nuggii gewonnen. Und weg, 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 weg. Und zack. Ich bin durch. Digga, ich bin froh, wenn ich überhaupt noch ins Ziel komme. Bei den ganzen Blackscreen, so wie ich hier gerade fahre. Meine Reifen, Digga, die sind einfach von einem anderen Planeten gekauft. Äh, schieb's auf die Reifen, Marvin. Richtig, richtig. Digga, meine Reifen haben so eine Antigravitationsdruckwelle. Gravitations... Was? Hä? Das nennt man Sprache, Diko. Das solltest du vielleicht auch mal lernen. Gravitation ist Sprache? Hast du deine Sprache? In deiner Babysprache vielleicht schon, ja? Ja, wahr. Polizei, Gravitation. Dürche. Wieso bist du da hinten schon, Alter? Oh. Weiter, 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 weiter. Oh, okay. Hi, Aris. Hi. Skill-Duell, ne? Skill-Duell, Skill-Duell. Skill-Duell, Skill-Duell, Skill-Duell. Ja, nur Angst machen. Ich abschieße nur Angst machen. Ey, bitte sorg, dass mir das Aris dieses Rennen nicht beendet. Er hat einfach ne Haftbombe oder ne Einungsmine. Ne Haftbombe war das. Einfach random dahin geballert. Was? Ja, weil... Warum? Weil du frech warst. Digga, sorg bitte dafür, dass der Junge hier nicht weiterkommt. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hör doch mal auf! Alter! Ey, du... Ey, der drück den Punkt nicht bekommt, der Lappen. Warum drück ich denn G? Ich will F drücken. Er drückt doch lieber W, Alter. Alter, ich... Wirf den gleich hier... So. Digga, wirf den mir einfach ganz trockene Haftbombe. Ich dachte so, ja, geil, ey, schaff ich den Punkt mal, ne? Ey, geh dich dort, komm. Pum. Was? Aber dann bin ich jetzt gerade erst da. Ich freu mich noch. Mein G-Marvin. Hab Puff gemacht. Ach, Digga. Digga, die ist schnell, schnell, ne? Ey, du bist einfach so mies, ey. Geht einfach in den Turm und schießt mich ab, Alter. Ja... Digga, diese Scheiß-MG bringt einfach überhaupt nichts. Ey, keine Explosives! Ey, du hast geschossen, du hast geschossen mit deinem... Keine Explosives! Warum ist der Turm bereits versetzt? Sag das, Aris! Digga, ich werd nie wieder den Fehler machen, zu sagen, lass mal auf Aris warten, Skill-Duell. Nie wieder, Digga! Höhöhöhöhöhöhöh! Ach, du brauchst das ein bisschen. Hab ich schon eine Ahnung. Fühl, Marvin hat eine sandige Muschi. Absolut. Absolut. Digga, ein sandiges Arschloch hab ich. Oh, nein! Nicht nur drunter gedrückt! Oh, der ist der Schuh! Oh! Oh mein Gott! Alter, heftig! Hallo! Was denn? Ja, das ist schon heftig, ey. Hi! Wenn du da verkackst... Also, ich bin übrigens immer noch bei dem Punkt, wo wir das Skill-Duell gestartet haben, ne? Das will ich noch mal dazu sagen. Wartest du immer noch auf den Start, oder was machst du da? Hä, wieso bist du denn da? Ja, war Aris, mich da vielleicht weg. Ja, genau. Ja, ist eine Stunde her, Alter. Jetzt darf man sogar sagen. Ist aber schon her jetzt, Marvin. Solche Chakos, ey. Digga. Ah, ah. Oh, yeah! Los, los, los! Ey, Junge. Nicht dein Ernst, ey. Die ganzen Scheiß muss man nochmal von vorne machen. 400 AP Fluturwandel! Yeah! Bitte, was? Oh, oh, oh! Kann ich das nochmal machen? Nein, hallo! Hallo? Ey, das ist keine Annäherungsmini jetzt nochmal von Aris, ey. Hä? Ich hab gar keine mehr, ey. Das ist so mies. Ey, also wirklich. Nie wieder warte ich auf diesen Jungen. Hä, was ist das denn? Ich muss in mich gehen und mich immer wieder an diese... Indisch? Ich kann mal sagen. Auseinander sind zu erinnern. Auseinander sind zu erinnern. Auseinander sind zu erinnern. Mal auf zu piepen. Oh, schade, ey. Ich war gerade kurz vor Marvin wegzulachsen, ey. Ich hab's gerade gehört. Piep, 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 piep. Ich dachte mal, ich mach's mal lieber nicht. Oh, was war das jetzt? Ey, warum bist du da runtergeflogen? Oh. 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 Oh Gott. Jetzt hätte ich mal den Punkt. Nice. Oh, schade. Ich hab dieses Noob-Bike, aber ohne Raketen. Shit. Digga, am Ende gewinnt Nugi. Ich hoffe drauf. Auf gar keinen Fall. Am Ende gewinnt einfach der Mürwerich, ey. Ey, schon wieder Aris, ey. Digga, wir haben hier viele Abnäherungsriege von Aris. Oh Gott. Oh, fuck. Digga. Hey, aber Aris, in Zukunft kannst du dich nicht mehr beschweren, wenn wir jetzt hier nicht auf dich fahren, ne? Oh. Das verspürt sie dir so ein bisschen. Ja. Und Deko ist mal wieder. Oh, geil. Du hast es im Team. Oh, Aris vorhin verdient. Ich habe Raketen. Ich hab Raketen. Guck mal. Fall. Oh, 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 oh. Oh, ist das geil. Ich war schon wieder Marvin genau vor den Punkt, Alter. Deko? Ja? Sag mal irgendwie sowas wie Simsalabim Sabrina oder so. Ey, ne, 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 übertreib nicht! Übertreib nicht! Übertreib nicht! Alter! Auf gar keinen Fall! Aber Ares wollte unbedingt noch uns zählen, ey. Wie ich ihn gesehen habe, wie dieser kleine Ficker kam, wenn man so richtig in seine Füße rennen muss. Ja, der hat die Scheiße schon mal mit Bärm gezogen. Dieser Knecht, Alter. Das geht gar nicht. So, fünf Sekunden noch. Dabei habe ich den Zauber-Spiel eigentlich falsch aufgesagt. Ey, Radstein, Schalosch, der gefällt mir aber. Uri Geller, Alter. Klassiker. Er hat's... Ich hatte noch drei Sekunden, um diese ganze Match zu beenden, ich glaube. Gut. Ja, schwierig. Da hast du selber Schuld, dass du alles rausgelegt hast, was du gezaubert hast. Da wurde ich ja mal wieder schön richtig hart weggerufen. Ich glaube, da kann ich ja in den nächsten Folgen mal ein bisschen was zurückgeben, oder? Ja, klar. Ja, klar. Dankeschön für euren Support. Ich tap zumindest aufs Treffchen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Bis dann. Reingehauen. Tschüss. Bye-bye. 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 Bis zum nächsten Mal.